Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Hatzl und ja, ihr seht recht, ich spiele mal wieder Terranigma. Ja, ich möchte mal wieder in meine Vergangenheit reisen und ein bisschen die Jugendzeit frohlocken lassen. Ja, das letzte Mal bin ich natürlich gestorben im Turm 4, aber egal, hier bin ich wieder gespawnt und mache mich direkt auf zu dem neuen Abenteuer. Achso, ich will mal kurz was ausprobieren in meinem kleinen Inventar. Ja, Kristallsperr habe ich, wunderprächtig, Rüstungen. Ob ich denn schon die, natürlich habe ich nicht die Schutzweste an. Möchtest du das anwählen? Jawohl, das machen wir. So, perfekt, jetzt habe ich die Schutzweste endlich an. So, jetzt kann mir nichts passieren, jetzt bin ich ja geschützt. Alle anderen sind noch blau, ich bin immer noch hier auf dem Weg zum Triumph, die Kontinente zu befreien. Und ja, ich werde jetzt mir hier schneller als gehofft den Turm 4 besteigen und alles platt machen, was mir im Wege steht. Jetzt muss ich mal gucken, nee, natürlich kann ich nicht hier außenrum, oder? Nein, natürlich komplett außenrum, das ist Turm 1. Da hinten müsste Turm 2 sein und da oben Turm 3. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier Turm 4 sein, oder? Oder ist es Turm, oh, Turm 4, richtig. So, da gehen wir mal rein, nicht? Also, hm, oder war ich in Turm 5? Nee, ich war in Turm 4, ganz oben. Ja, so, gegen den musste ich, genau, gegen den musste ich kämpfen. Ich bin erstaunt, dich zu sehen. Ja, die Worte werden von einem leisen Kichern begleitet. Okay, so leise war es auch wieder nett. Oh, Steuerung, habe ich ganz vergessen. Okay, hier schlage ich, jawohl, hier springe ich. Kann ich gerade so schlagen? Ja, kann ich. Oh, 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 oh. Nein. Nein, ich bin nicht gelähmt. Ich möchte weg. Warte mal. Ich müsste doch irgendwie... Ah, genau. Nein. Okay, das wird so nichts. Arzel, bitte, 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 bitte. Berühr dich, genau. Sat. Oh, komm, ey. Ja, nein, doch. Ah, schön. Okay, Sprung, tritt. Und, äh, nee, ich möchte doch doppelt, Doppelsprung, äh, nee, wie geht es nochmal, äh, genau, so. Nein, schon wieder böse guckend. Böse reinschauen der Magier, bitte lass mich in Frieden. Okay, der Nächste ist down, und du, down, jawohl, ja. Ja, das war der Anfang, jetzt gehen wir mal, äh, äh, okay, äh, äh, hä? Jetzt bin ich runtergefallen, warum bin ich runtergefallen, bin ich bekloppt oder was? Ah! Oh, Entschuldigung, wenn es laut war, dann, äh, war es eben laut. Nein, 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 nicht gucken, nicht gucken. Okay, was haben wir da? Da, oh, da haben wir was zum, ja, zum Schmeißen. Haha, ah, okay, das sind die beliebtesten Attacken von mir, immer aus dem Hintergrund. Ein Umstufenaufstieg, ja, Level 5 erreicht, das pusst ja ganz gut, äh, das passt ja, pusst, ja. Äh, steigt alles und ein bisschen was, und, äh, er guckt mich wieder böse an, ja. Ich kann aber dem entfliehen, und er ist down. Gut, dann werden wir hier weiterschauen. So, was haben wir hier? Da haben wir nochmal ein blaues Nachttöpfchen. So, äh, ja, muss ich den, ach, ne, darunter falle ich das erstmal nicht. Der Wäschter ist noch da, und, ähm, warte mal, wie geht das nochmal? Muss ich's, nein, so war's nicht gedacht. Hahaha, okay, ähm, wie kann ich denn noch, ah, ja, genau, genau. Was ist los, was ist los, was ist los, was ist los, ah, okay, so war's bestimmt, Achtung. Wäschter erscheint. Äh, okay, 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 um, zack, okay, warte, ich mach nicht noch Platz, zack. Wäschter erscheint. Okay, er ist unbesiegbar, ähm, hat er auch was gegen meinen Nachttopf zu sagen? Mal gucken. So, renn mal schnell hin. Ich wollte gerade sagen Link, nee, das war nett. Okay, gegen den Nachttopf hat er nichts einzuwenden, das ist natürlich, äh, hä? Ja, das ist schön, dass der Wäschter erscheint, aber... Muss ich da runter? Tja, scheinbar. Ach, geht's nach unten, oder was? Von unten nach oben, oder was? Ah, das kann natürlich sein... Oh, ich bin gewusstet. Wie ich das habe... Äh, zum Glück, ja, zum Glück haben wir hier, ähm, ja, dass mein Leben sich wieder eigenständig, äh, respawn, wollte ich gerade sagen, plötzlich wieder auflädt. Und zack, und bäms, und, äh, down. So, für das Geld kann ich mir später was kaufen, hoffentlich. Oh, hä? Okay, ähm, nee, ich will hier erstmal nicht, nicht betätigen. Ah, ich hab's gewusst. Okay, da gab's mal einen Trick, da gibt's nämlich eine Stelle. Aha, da können Sie mich nicht treffen, aber ich kann Sie treffen, das ist sehr gut. Gut, die verwende ich jetzt einfach mal. So, ähm, darunter, ja. Das sieht ganz... Nö, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich kann doch auch über das Seil, oder? Es muss doch eigentlich über das Seil auch gehen. Oder brauche ich dann ein spezielles Item? Nee. Pff. Ja. War ja wohl klar, ne? Okay. Oh, das ist schon wieder so ein scheiß Wächter. Gelump. Ah, weg. Pfui, aus. Pfui. Sitz. Ah. Boah, ist denn die lästig, ey. Ich hab noch nie so lästige Gegner gesehen. Okay, ich hab schon öfters Gegner gesehen, aber ist sowas lästiges? Ähm, ja, hier ist nur dieser blöde Wächter, das heißt, ich geh wieder... Oh, ich geh wieder zurück. Ja. Boah. So, gleiche Höhe, wunderbar, rüber geht's. So, dann... Tja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als wieder hoch zu gehen, weil hier ist ja nix, ne? Nö, also. Gehen wir wieder hoch. Und diesmal auf den Seilen? Ach nee. Ach doch. Ach wie? Ach so. Puh. Ich bin... Uah. Fast geröstet worden. Nein, 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 nicht rösten. Nö, ich rösten. Hahaha. Gut. Ähm. Oh. Ein... Ein... Ein weißes, gültendes Band, was da getragen wird. Boah, das ist echt nervig mit diesem Typen. Ja, bla bla bla. Wächter, es schafft ein Vakuum. Nein, ich bin wieder am... Ein Anfang. Okay. Gut. Also, gleicher Höhe, rüber. Das haben wir schon mal geschafft. Alter, was habe ich denn mit dem Mundstuhl heute? So. Dann gehen wir mal hier hoch. Das sind so böse. Oh. Was ist da? Ach so. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas, was mich kaputt macht. Aber das sind ja nur, ja, Feuerstellen. Boah. Das war ein Flawless. So. Und Ren, Ren, Ren. Randy Ren. Randy Rhodes. Äh, nee. Ah. Randy Rhodes waren gut. Ich dachte, das ist... Ach, nein. Bitte, hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich könnte natürlich auch ab... Oh. Was ist das? Dein Mut wird auf die Probe gestellt. Bewehre dich. Ja. Okay. Ich bewähre mich. Ich bewähre mich so dermaßen, dass ich mich bewähre. So. Äh. Ja. Das ist natürlich hier nichts. Da kann ich auch... Da kann ich auch nur rüber. Aber ich kann natürlich auch so rüber. So. Hier... Alter. Hier könnte ich auch runter. Aber ich weiß nicht, ob ich da runter will. Hm. Meine Finger sind gar nicht mehr den Controller gewöhnt. Ey. Ihr müsst echt mal das Ganze mal mit dem Controller spielen. Wie der hier spiele. Ich mache das so selten mit dem Steuerkreuz. Und da merkt man überhaupt erst mal... Ach. Wie aua das tut. So. Ja. Dann stützen wir uns doch mal hier ins Ungewisse. Zack. Und wir kommen direkt vom Wächter an. Ja. Wunderbar. Und er hat uns. Und... Ah. Nein. Oh. Böse gucken. Reinschauend. Böse reinschauend. Guckend. Egal. So. Es war Flawless wieder mal. Haha. Ausgewischt. Und... Nein. Ach. Wieso guckt er mich denn immer so... Diese Magier sehen echt aus wie bei Zelda. Finde ich. Haben wir es. Okay. So. Ich glaube... Ich glaube, da kann ich nur runtergehen. Runterspringen. Ja. Dann springe ich mal runter. Ja. Jetzt bin ich wieder... Dort, wo ich auch vorhin war. Vorher war. Genau. Haha. Huh. Es ist ja auch unfair, dass die noch so... Feuer spucken, obwohl ich es schon erledigt habe. Das ist ja... Böse, 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 böse. Aber man, wir haben schon wieder 10 Minuten um, glaube ich. So, reines Bauchgefühl. Ich habe noch nichts erreicht. Ich habe noch nichts mal... Doch, ich bin in den Turm reingekommen diesmal. Setz mal bin ich davor gestorben. Ah. Okay, das muss ich wahrscheinlich ein bisschen rausschneiden. Das ist wahrscheinlich zu laut. Egal. Das ist, äh, ne? Okay. Na, ah, ah. Mh, mh. Ah, ich bin so wigend. Okay, wenn ich da runterspringen... Äh... Ach, ich... Na, das war ja das... Hahaha. Ah, bin ich doof. Okay. Macht das einen Unterschied? Nö, macht das nicht. Egal, egal, wo ich hinkomme. Ich komme überall hin. Ach, ne, warte mal. Ich glaube, da war ich noch nicht oben. Nö. Das sieht ja anders aus. Sieht gut aus. Oh, ja. Nicht, nicht angucken. Nicht angucken. Sehr gut. Äh, gibt es hier irgendwie Geheimnisse? Ach, komm, ich gehe einfach mal hoch. Ich erklimme den Turm. Der Turm der Unendlichkeit. Hier könnte ich runterspringen. Ich weiß aber nicht, warum ich es machen sollte. Nein, ich mache es nicht. So. Okay, der Wächter. Wieder abwehren. Zack. Und zack. Und zams. Jawohl. So, je dat. Gut. Da unten ist ein Kristaller. Da geht es wahrscheinlich wieder zu einer... Oh. Ah. Ah, erhält Kristallfaden. Äh, Kristallfaden? Für was war denn der nochmal? Hm. Ja. Kristallfaden. Ja. Ich kann nochmal nachgucken. Äh, ich verschwieg mal kurz meine Truhe. Ich glaube, da... Naja, das ist ein Gegenstand, das ist das Netz. Äh, ne Quatsch. Gegenstand wollte ich sagen. Genau, Gegenstand müsste es sein. Also das hier. Utensilien. So. Da habe ich einmal die Haiknolle und den Kristallfaden. Möchtest du das anwählen? Ja. Ausgerüstet. Ja, sieht ganz gut aus, ne? So bestimmt. Kann ich jetzt was damit machen? Nein. Kann ich nicht. Kann ich irgendwas spinnen? Ich spinne doch so gerne. Okay. Rüber, 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 rüber. Ah, ich hätte, glaube ich, da oben. Da. Oh, das sieht quärlich aus. Ei, ei, ei. Na, dann gehe ich doch mal da hoch. Wenn es quärlich aussieht, bin ich dabei. So. Am Ende ist es... Ah. Ah. Am Ende ist es bestimmt nichts. Ja, siehste. Also gehe ich wieder zurück. Brinkt gar nichts. So. Ja, für den ersten Teil mache ich es, glaube ich, ein bisschen länger. Hab ich schon lange nicht mehr... Was von mir gehört? Oh, da ist was. Oh. Äh, ich habe eine Darbindung für dich vorbereitet. Okay. Ich hoffe, sie gefällt dir. Äh. Wir präsentieren. Au. Du Sacknächer, du. Ah. Oh, Entschuldigung. Das darf man ja gar nicht sagen. Hehe. Äh. Boah. Äh, äh. Boah. So eine schöne Musik. Und dann sowas Böses. Böses. Okay, wo bist du? Da. Oh. Hohohoho. Okay. Das nächste Mal warte ich auf dich. Ah. Ah. Geh weg. Okay. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nicht zu mir, nicht zu. Doch, doch. Zu mir. Zu mir. Aha. Okay, den Gegner, den packe ich jetzt noch. Huh. Das ist ja fast wie Snake, nur anders drum. Hm. Okay, pass auf. Nein. So. Haha. Ah, weg. Geh weg. Okay. Ah, ich hab ihn. 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 Hahaha. Okay. Oh. Muss ich ihn kaputt machen? Geht er kaputt? Äh, geht kaputt. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah. Ah. Hm. Ha. Hm. Huh. Ah, das wird immer schneller, oder? Oder kommt das nur so vor? Ich glaube, das kommt mir nur so vor. Okay. Ah. Egal. Egal. Äh. Da. Da zurück. Hier. Haha. Weg. Ah. Okay. Den Ei noch. Huh. Okay. Äh. Ja. Spinnst du oder was? Okay. Ah. Huh. Hm. Ha. Huh. Haha. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und jetzt? Was ist mein Gewinn? Hallo? Gewinn? Muss ich? Muss ich irgendwas tun? Muss ich die anderen noch töten? Nee. Die sind noch getötet. Ah. Das war unsere heutige Show. Vielen Dank. Ja. Und? Was? Ach. Da geht's rein. Ach. Spaß gemacht. Und? Was für ein Kontinent ist das? Europa, wa? Nee. Eine Welt. Ach. Das ist, äh. Keine Ahnung. Afrika. Europa. Sieht aber aus wie Afrika. Könnte auch Australien sein. Hm. Wir werden's gleich wissen. Und? Und? Oh. Nacht. Die Sterne glitzern am Himmel. Ja. Keine Wolke. Gar nix am Himmel. Nix. Nicht mal im Mond. Und die Sterne drehen sich im Kreis. Und sich drehen. Äh. Sie Sternen. Ja. Sie Sternen sich im Kreis. Sie kreisen sich im Stehen. Ach egal. So wie es darum heißt. Schön. Ja. Da sind Emotionen bei dem Spiel wach geworden. Bei diesen Zwischensequenzen. Stundenlang konntest du drauf gucken. Und es ist nichts passiert. Aber irgendwann. Wird's dunkel. Und? Und? Der Kontinent ist da. Und es ist. Es ist. Oh. Nordamerika. Oder? Hm. Klattert an. Ja. Amerika. Gleich. Ach. Nordamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ja. Super. Haben wir's getan. Für den Part. Und mehrere Leute haben wir befreit. Ding. Ding. Die Seelen kehren zurück. In die Dorfbewohner. Und ich meine zu wissen. Es ist glaube ich noch ein. Ein Turm müsste noch da sein. Der fünfte Turm. Fünf Kontinente. Könnte passen. Ja. Dann würde ich sagen. Gehen wir doch auf den Weg zum fünften Turm. Der müsste sich da hinten befinden. Das müsste der fünfte Turm sein. Der allerletzte. Und ich würde sagen. Wir gehen noch ganz kurz hier rein. Bestätigen, dass es der Turm fünf ist. Jawohl. Und würde ich jetzt mal sagen. Beende ich mal die Aufnahme. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns im Part sechs wieder. Äh. Ja. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Bis später dann. Ich bin und bleibe euer Hatzel. Ciao.